recht herzlich willkommen zur 121 folge von towns ja wir sind hier am dach bauen wie sieht das hier aus oder müssen wir schnell was machen der ist da oben ja schon noch eingesperrt dann mal zügig voran hier da muss was drauf und da auch und da müssen wir noch zu machen genauso wie da ich hoffe da kommt wer die ist schon ganz langsam und baut die steine da schnell hin die hat auch hunger schon okay glück gehabt das wäre beinahe daneben gegangen hätte ich jetzt gesagt da können wir schon mal so machen und das müssen wir überlegen weiß ich auch noch nicht letzt mal sind war im keller stehen geblieben das müssten wir dann auch noch machen ach hier unten ist auch noch nicht zu dann machen wir hier noch weiter da fehlt noch ein stein in der unteren etage das sieht so weit da gut aus da sind noch zwei und viel zu hoch ne so okay der schon im endeffekt oder kommt ein händler oder so was dann lasst das mal wieder laufen wir können auch ein schneller laufen lassen den haben ausgewählt hier fehlt noch einer und die beiden hatten war ich glaube der rest ist passend ne dann ein höher hier kann man schon mal rüber legen dann da lang aber nur bis da mal erst mal ja das kann durchgehen so jetzt ist wahrscheinlich der händler da okay der rüstung und sowas mit diese schicken händler die sind glaube ganz gut na 25000 2219 900 geht auch noch mehr ist nicht glaube schuhe waren immer schwierig zu kriegen und das ist zu schwach das nehmen wir nicht so und er möchte jetzt zur gegenleistung auch schuhe haben toll aber es geht auch nur mit geld das kann man dann behalten das baum fertig das sollte laufen gut dann haben wir das dach ist zu wunderbar hier haben wir auch noch einen hingemacht oder zwei also wir müssen noch weiter laufen lassen dann können wir noch meinen keller gehen da hatten wir ja letztes mal ding in sach schon irgendwo hier gesehen dass da was weg kann das machen wir da mal noch weg da weg dort weg und wo machen wir noch weg da oben haben wir schon was gemacht den einen können wir ja auf jeden fall weg machen genauso wie den und den und da da hier sieht es aus als ob wir das weg machen können weg 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 und da auch und da auch das weg jetzt wieder hell nehmen wir den noch mit und die beiden auch noch weg so haben wir schon wieder was gemacht hier können wir mal was weg machen haben wir dann durchgang ich weiß zwar nicht ob es gut ist und nicht schiff das beim letzten mal gedrückt da und da könnte sogar sein wo die daneben her laufen dass das was bringen würde das hier weg zu haben gut das läuft die weg und den weg das sieht auch schick aus alles weg alles weg vielleicht gibt es ja im kern hier noch ein paar monster dann müssen wir die noch loslaufen lassen jetzt kommen aber ganz viele zum abbauen gut das kommt aber weg hier ist noch kohle die nehmen wir dann auch mal mit das ist alles ausgewählt das auch das auch da kommen wieder welche und die hat gar nichts an kann das sein da müssen wir mal schnell gucken nachher werden zuwachs gekriegt oder hat man den ich weiß ich gar nicht mehr ja die sind noch nicht mal zugeordnet da gibt es auch noch jemanden der was braucht und da auch noch die sind alle da müssen wir runter gucken da fehlt es auch noch da noch einer und da definitiv eine und hier noch ganz viel sogar ja gut müssen wir mal gucken das war rüstungsproduktion oder so nur anschmeißen so 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 ok da weg alles weg oh das sieht auch schick aus hier ne da kann man richtig lang machen die drei und hier zack so eine lange reihe auch weg gut ja haben wir erstmal hier auch wieder was gemacht die sind alle am pick 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 machen hier in dem großen ist noch keiner reingegangen da ist wohl auch noch nichts drinnen bis jetzt aber da ist bestimmt irgendwie noch räumlichkeiten da bin ich von überzeugt die müssen da unten das aber erstmal machen gut wie soweit ist hier wo müssen wir hin da müssen wir hin das war fertig da fehlt noch ein stein und hier die dicke ah da ist auch noch einiges zu machen ne haben wir noch ne haben wir nicht wir hatten ja grad was anderes ausgewählt ne so die müssen wir auf jeden fall händisch hier machen damit das über der tür dann klappt ne oh hier fehlt noch einer ne und da neben der tür fehlt wohl auch noch einer eben wohl übersehen ne kann sein dass da sogar noch die tür fehlt ja aber die ist eingezeichnet die säule daneben ist auch schon fertig das würde ja bedeuten ich kann den definitiv nach da ziehen gut so die laufen die besten wege hier wie man sieht machen wir mal so geht ne 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 das täuscht nur ne das ist die gleiche höhe wie hier außen ja so und äh da die außenmauer schon fertig ist können wir das komplett ziehen oder na der da der wird runter fallen vielleicht haben wir aber auch glück das passiert nicht mal schauen hier fehlt nur noch ein stein dann würde das auch gehen ok ich glaube das hat sogar geklappt ne oder sieht so aus dass das funktionieren könnte ja gut wunderbar decke wird dann zugebaut diese würde sowieso gehen aber diese lücke da nicht dann könnte ich das noch einmal komplett rüber ziehen aber die lücke ist gerade geschlossen worden das heißt jetzt können wir das auch rüber ziehen gut das geht auf jeden fall auch zu ja mit der wand weiß ich auch nicht das ist eigentlich verbaut ne da unten aber jetzt egal passt schon ok die sind alle am laufen wir gucken nochmal hier rein wie es hier aussieht ja da hat sich nichts geändert ich glaube wir müssen mal gucken dass wir da irgendwie noch die Produktion an Hosen verbessern da war hier was zu machen ne rüstung goblin nit ist da das würde also funktionieren hier ist auch gar nichts eingestellt weil goblin nit hatten wir schon mal was besseres oder so die red ah die red ist auch schon eingestellt hopcom planet wäre auch eingestellt oder passiert nichts ne dann lass uns das hier machen oder so und wir hoffen dass da einer dann hingeht und das produziert und das können wir hier wegklicken das muss nicht offen sein können wir da eigentlich auch machen ne so müsste mal gucken ob da eine kugel gleich fehlt entschuldigung das gold ne ja wo laufen die hin ach so ein radieschen hier das machen sie die ernten da und bananen wahrscheinlich auch okay grüne kugeln holt aber keiner ja holz wird da hingelegt und gleich wieder geholt rüstung liegt in der priorität wohl weit hinten und sie gehen immer wieder hier rein das heißt sie haben ja schon wieder 82 die sind glücklich ja und bauen und bauen und bauen ja da haben sie noch genug zu tun ne wie sieht es denn überhaupt so mit unserem essen aus drei äpfel ein apfelkuchen drei bananen bananenbrot ne das könnte man auch machen ne ja bananenkuchen vier brote drei bieren irgendein kuchen gibt es nicht und der rest ist so ab und an wahrscheinlich nur ne ja ja müssten wir mal gerade reingucken weil die bananen geschichte fällt mir mal so ein ne die ist eigentlich relativ gut meine ich so satt machend hier bananenkuchen 80 prozent füllen und 64 time 85 bei 88 hier das ist das top ding ne aber das haben wir schon zweimal angewählt gut ok brauchen wir einen mehr gut wir haben das wieder angemacht ne gut lass mal so hier sind alle am essen und am backen und am tun und am machen das ist doch schön oder happiness ist 82 das heißt wir haben bestimmt keine räumlichkeiten mehr wo die schlafen könnten ne so so was können wir hier noch ziehen da können wir einen jetzt lang ziehen oder äh shift-taste und los geht's hier ist das identisch geht auch so da einer hin da ist alles ausgewählt ne da fehlt einer dann wird der runter fallen dann geht das nicht in diesem zimmer wäre das aber möglich und hier ist es eigentlich auch möglich ziehen wir das mal rüber das ist naja fast bis dahin möglich ne machen wir das doch bis dahin außenwand wird da auch weiter hoch gezogen geht wie sieht es hier aus ja jetzt zu überlegen dass man hier dieses loch was da ist zu machen würde ne so ne machen wir mal eine reihe ist ja schon zu genau dann können wir es auch ganz so machen haben wir schon mal angedacht glaube ne ja sieht gut aus müsste passend sein so die kommen alle hier mit den steinen an das sieht gut aus ich glaube das macht er jetzt nicht ne das können wir jetzt aber hier auch abschließen hier ist da gekommen hier geht das auch dass wir die tür zumachen können da noch nicht doch jetzt ist da schon einer gerade hingekommen glaube jetzt geht das da auch ja sieht doch top aus oder diese reihe kann auch schon dahin gebaut werden ja so alles gut so sind die alle hellauf begeistert ne was macht das hier nix so kriegen die was man ziehen oder nicht das ist die frage ne da hat da einer gerade einen helm gekriegt ich glaube schon ne die goblinnitsache sind wohl doch produziert worden oder können wir ja sehen indem wir gucken ob ne die grünen kugeln sind da noch alle drin ja müssen wir schauen so so ja beobachten wir dann ne gut aber ich würde sagen für die folge soll es auch schon wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch mit dabei seid bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann